Ja, er ist halt lustig. Der ist immer so witzig. Ja, immer so witzig. War der so lustig? Super. Gut. Lustig. Lustig. Mir auch. Super Zappalot. Ich find's total schön, dass er auch ein super gutes Theaterstück gemacht hat. Und nicht nur getaubert hat. Einfach alles. Er verpackt das in der Super Show und ist aber unglaublich. Was sehr toll ist, ist einfach, dass er das Ganze immer in schöne Geschichten reinpackt. Egal ob der Zauberer Zappalot als Bösewicht, als Künstler oder als Superheld auftritt. Er ist immer geistreich, lustig, hat schöne Zauberkunststüte parat. Und ist vor allem für Kinder auch sehr interessant. Was super lustig war, war halt dieses Lied mit dem Böse. Ja. Und er war halt so bös, er musste sich verstecken und man konnte halt so richtig mitleben. Das fand ich ganz toll. Danke. Das ist mit den Superhelden und den Zappalot. 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 Mir hat's am besten gefallen. Oh, der Zappalot Supermesser. Ja, also Zauberer Zappalot ist ein sehr kreativer, lustiger und ein sehr direkter Mensch. Und er baut alles, was ihm wichtig ist, in die Show ein und ist einfach klasse. Der Zappalot bietet ein ganz buntes Programm aus Humor, Zauberei, Schauspielerei und ganz anders Kunst. Und sowohl für Leute, die 99 sind, also bis unter zwei Jahren. Viel für Kinder und auch Erwachsene. Wir waren nämlich tatsächlich erstaunt, dass tatsächlich nicht nur den Kindern das gefallen hat, sondern auch unserem Opa, der dabei war, der mit 89 Jahren auch seinen Spaß hatte. Mir hat's auch sehr gut gefallen. Ich finde es sehr schön, wie er die Kinder einbezieht, ohne die Kinder lächerlich zu machen. Auch Kinder, wo es ein bisschen schwieriger ist. Ich war jetzt zweimal bei ihm und das hat mir jedes Mal sehr gut gefallen. Weil das einfach für die Kinder halt super ist, weil die mitmachen. Die müssen nicht nur sitzen, sie sind halt aktiv dabei und er macht das auch super. Danke. Ist das der Zappalot-Sugar? Genau. Ist das da reingekommen? Und sonst hält mir nichts mehr einfach. Und ich möchte da ein Liebeschen ganz hoffentlich dann zum Zappalot gehen. Super war's. Ich zeig auch was ist immer noch schmutzig. Ja? Ich hab da in die Schlange, da muss man das schneiden. Ja? Ja. Ich hab da in die Schlange, da muss man das schneiden. Guck mal da in die Schlange. Guck mal da in die Schlange. Ja. Guck mal da in die Schlange. Das ist ja sicher.